Nachdem sie vor wenigen Wochen einen Termin aus gesundheitlichen Gründen abbrechen musste, hat sich die norwegische Kronprinzessin Mette Marit wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Kronprinz Harkon, besuchte sie am 5. November ein Fußballspiel in Oslo und wirkte dabei sichtlich munter und gut gelaunt. Während die Frauen der norwegischen Vereine Stabek FK und Eskabran auf dem Rasen um den norwegischen Pokal kämpften, jubelte das Kronprinzenpaar ihnen von der Tribüne des Osloer Ullevalstadions zu. Mette Marit hielt sich mit einem gestreiften Rollkragenpullover und einer Daunenjacke warm, die blonden Haare zum Zopf zurückgekämmt. Die Sorge um Mette Marits Gesundheit war Ende September gewachsen. Damals hatte sie einen Termin in einem Frauenzentrum vorzeitig beenden müssen. Der Grund waren laut des Palastes Nebenwirkungen von Medikamenten, die die Kronprinzessin gegen ihre Lungenfibrose einnimmt. Anschließend waren zunächst keine weiteren Termine für sie geplant. Die Lungenerkrankung verursache periodisch mehr Beschwerden für Mette Marit, hieß es weiter.